Hallo, hier ist InuMax, euer WanderThePlayer und hier seht ihr Gameplay aus dem zweiten Human vs. Zombies, wo ich im zweiten Spiel dann endlich, endlich mein Tag bekommen habe. Ich hoffe es gibt es auch ein drittes Mal, ich werde den Link darunter setzen vom Platoon, wo ihr euch anmelden könnt. Dazu natürlich ein großes Hur an DirtyMainzer, der das Ganze organisiert hat, der da mit Valium gesprochen hat und das Ganze organisiert hat. Also Hur mal 10 an DirtyMainzer. So und über das was ich jetzt wirklich reden will ist die Gamescom. Gamescom startet für mich am Freitag. Ich komme am Freitag mit dem Flieger dort an. Dank, habe meine Tickets für die Gamescom, für das Community Launch Ticket und Hotel zur Verfügung gestellt bekommen, wegen meinem bekannten Videos da von EA bzw. GAMP4. Dafür mal ein großes Hur. und ja, ich komme dort immer am Freitag an, werde am Freitag, da ich da auch meine Gameslots habe, die meiste Zeit in der Community Launch sein. Ja, freue mich da schon auf die Spiele, die ich testen kann, ausprobieren kann, vor allem natürlich Armored Kill. Und dann Samstag werde ich dann wahrscheinlich dann so einmal gemütlich durch die, ja, Gamescom rattern, gleich wie Sonntag. Ich freue mich da schon total drauf, also da geht nichts drüber, also das ist das Highlight schon seit ich erfahren habe, dass ich zu Gamescom darf. Habe mir dafür auch einen überteuerten Flug gebucht, weil er noch immer billiger ist, wie das Pan-Ticket. Ja, und was soll ich noch so sagen, ich bin so aufgeregt wirklich. Leute, das werdet ihr mich nicht glauben, wie aufgeregt ich bin. Ich renne schon die ganze Woche auf und ab, die ganze Zeit in der Wohnung. Meine Freundin belästigt, die schon die ganze Zeit, die ist schon genervt. Bis zum Gehen nicht mehr. Von dem Wort alleine schon, wenn ich Gamescom erwähne. Hier hat mich Valium erwischt. Dankeschön, Valium. Echt so genervt schon, ich darf es in ihrer Gegenwart gar nicht mehr sagen. Gamescom, Gamescom, Gamescom. Und am Freitag in der Früh geht es eben los mit dem Flieger. Und ich freue mich hoffentlich, sehe ich ein paar Leute, ein paar Abonnenten von mir. Dort auch bitte falls ihr mich kennt oder irgendwie kennenlernen wollt, man erkennt mich, ich werde am Freitag zumindest, zumindest am Freitag, einen Schottenrock tragen. An meiner Tätowierung erkennt man mich sonst auch. Und natürlich an meiner Hand, an meiner Rechten, also an meiner Behinderung. Also, falls ihr mich seht und etwas wissen wollt, einfach ansprechen oder fragen, hey, bist du der InuMax? Dann werde ich antworten mit HUA! Also, ja. Und dann könnt ihr mich ja fragen, was ihr wollt. Zurzeit mein PSN-Limit an Freunden ist zurzeit ziemlich erschöpft. Aber falls irgendwie was cooles ergibt oder irgendwer coole Ideen hat für Videos, ich mache auch Platz, wenn es ist. Entschuldigung für den Scheiß jetzt zum Schluss, aber ich muss das mit einem anderen Programm die Zeitlupe einfügen, aber wird schon gehen. Ich bin InuMax, euer One-Handed Player auf der PS3 und man sieht sich auf der Gamescom, hoffentlich. Ciao! Ich bin InuMax. Ich bin InuMax.